Ich komme immer mehr. Jetzt bin ich schon rosa. Ich möchte immer wissen, ob mein Kühler gerade ist oder was der macht. Das ist schon wichtig. Ich höre, dass die Straße gut und dass sie zu weich ist. Ja. Da sind sehr platige Knochenploppen. Ja. Da muss man auch nicht gescheit sitzen. Wenn sie wirklich weich ist oder die Schnur Dehnung hat, dann geht das nicht. Aber das ist schon nicht gut. Ja, nur wenn man es nicht blöd behaut. Normalerweise nicht. Oder sie hat ein Material. Nein. Nein, die Schnurde. Oder sie fluchtende Schnurde. Da wird was mit Druck noch droht. Das ist ganz gut. Ja. 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 Ja.